hey tschuldigung das war ich deine verschnaufpause du hast jetzt 100 sekunden zeit einfach mal einfach kurz wie geht es dir ganz gut was mich jetzt aber mehr stört also ich weiß du hattest gute intentionen aber jetzt muss ich noch mal in den raum laufen ich habe neue aufgabe zum wenden sehen ach so ich habe auch lecker gedrückt leider das ist unangenehm also das ist aber auch echt dumm bläuse wenn du direkt am anfang der runde ja das ist ja heute bei weapons ist einfach ein kurs sorry was ist jetzt hier mit lehre der ist kurz pause wahrscheinlich genießen ja ein berühmter mal karl fresse tschüss Aus dem Rehm. Oha. Ahja. Äh, äh. Äh. Ich glaub, ich glaub, es war die Zina oder Tamar. Einer von den BN. Ich war in Navigation gerade. Ja, die Leiche liegt in Navigation. Jetzt, ey, kommt bitte. Ich weiß, als Geist kann ich meine Aufgaben schneller machen. Ich mag das auch. Tamar hat gekillt und ist direkt abgeahlt. Wollte direkt... Die Zina stand noch daneben. Bruder, ich war in Navigation drin. Natürlich stand ich daneben. Mein Gott, Alter. Ich bin FIB Agent Miller. Dienstnummer 62, okay? Raus aus meinem Raumschiff. Warum ist das jetzt deins? Entschuldige, da muss aber Bulrak raus. Zu meiner Armee hier. Ja, ne, da muss Bulrak raus. Mit diesen Besitzansprüchen, da muss Bulrak... Das ist halt wirklich frech. Ich hab auch die grüne Gefahr bedroht. Ich hab gerade die Map aufgerufen auf dem zweiten Monitor. Und das ganz rechts heißt Navigation. Ich war in Navigation. Ja, die Leiche liegt doch in Navigation! Ich geh zum Super... Ich hab grad die Aufgabe gemacht, wo ich in der Mitte das Fadenkreuz andrücken muss. Und dann bist du gewendet. Was für ein Wellen und was labert ihr? Was laberst du? Außerdem muss man geboten aus... Ich seid so dumm hier! Oh Gott, seid ihr armlose zu Hure, Söhne! Du kannst nicht einfach das Raumschiff in deinen Anspruch nehmen. Nee, so geht das auf jeden Fall. Ist mir scheißegal. Du bist raus jetzt. Ich geister jetzt auf meinem Raumschiff umher! Ah! 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 Kurzer Reminder, bitte! Alle Crewmitglieder müssen ihre Tasks erledigen. Vielen Dank! Ich wusste es! Die gelbe Gefahr! Ich sieh da was! Nee, Masa! An dem Karten durchzieh, Scheiß! Ja, du warst das! Masa, wie viel... Sehr überzeugend! Masa, jetzt mal ganz... Masa, mal wirklich, ganz im Ernst! Wenn du... Versprich mir bitte jetzt die Wahrheit zu sagen! Ich schwör auf deine Hunde, ja! Wirklich, wenn du mir die Wahrheit sagst... Ja, gelb war es! Wer war es? 100%! Okay, dann geh ich auf Dezina! Die bitte! Oh, oh! Die gelbe Gefahr! Ich bin nämlich aus Admin rausgegangen, wieder reingegangen und wollte gucken... Du glaubst um den besoffenen... Naja, egal! Der ist schwanzgeil! Der ist schwanzgeil! Also wenn... Der würde mich nicht anlügen in dieser Situation! Der würde sich selbst eher selber verkaufen und dafür das Pick einstecken! Endlich! Da würde ich mal Argumente, die hier gebracht werden! Der ist gefährlich! Hier kurz ausm Off als ausm Tod! Ich find's gut, dass hier endlich mal diskutiert wird! Das ist kein Luftfrau, das ist ein Kondom! Das ist kein Luftfrau, das ist kein Luftfrau, das ist kein Luftfrau! Puh! 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 Mods? Äh, Till war am Vent! Ja, ich... Ist doch grad irgendwie in den Vent gestolpert, oder? Ich glaube, Till... Till, du bist in den Vent gestolpert! Till, du bist in den Vent gestolpert! Wie kann denn Till in den Wendt gestolpert sein und den Report gemacht haben, merkst du was? Nein, ja also, Mobs ist es, weil ich habe die Hexagons gemacht und Till hat mich beobachtet. Wenn es jetzt nicht Mobs war, dann war es Till, dann haben wir verloren. Ja, dann warst du es auch. Also ich hoffe mal, dass wir das jetzt gewonnen haben, ansonsten bin ich traurig. Maschine! Einfacher Win, Alter. Kann mir mal einer erklären, wie wir hier Runden gewinnen können? Bitte einen Moment, ich muss noch ein Bild für Maser machen. Nee, Alter, ich will nicht deinen kleinen Krümeldingen sehen. Teilst du das dann, Maser? Ob es war im Wendt? Kannst du mir mal erklären, wie er in Wendt gestolpert ist? Der hat den Früherkern nicht gewonnen. Chat, wenn ihr mitspielen wollt übrigens, der Lobby-Code ist JZZSQQ. Die Lobby ist leider voll. Warte mal, ich muss mich nutzen. Hab den Download gestartet, auch nur je SDN dauert einen Moment. Das heißt, hier ist der Torstuhl. Moin, ich Stuhl sind. Moin. 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 Ist auch bezeichnend, dass der Schwarze als erstes stimmt. Ich finde es gut, dass Mobs ungemacht wurde. Wer hat gesagt, dass er es gut findet? Ich habe gesagt, da stirbt gleich einer. Oh, hast du das gesagt? Ist nicht wahr. Hast du Kegel gedrückt? Nein, ich war im Navigationsraum. Da stotterst du aber ganz schön flieghaft. Wo ist denn die Leiche gefunden worden? Bitte, ich brauche, das ist wichtig für meine Analyse. Die Leiche war oben rechts bei Cafeteria. Oben rechts bei Cafeteria, ja. Also oben rechts bei Cafeteria kann zu dem Zeitpunkt meiner Meinung nach nur Legasin gewesen sein. Der Weiße also. Der Weiße, ja. Der Weiße, ja. Der Weiße hat den Schwarzen auf dem Plan. Nein, nein. Till war's nicht. Er ist zu spät, Masa. Doch war er. Masa, was argumentierst du denn jetzt hier? Ne, da war Karl. Masa, was argumentierst du denn jetzt hier? Mein Gott, Alter. Ich hab gedacht, die Spieler steht hier nicht. Ich krieg weiter. Ich krieg weiter. Was ich da für mal fragen möchte ist, ähm, also ob es Corona so wirklich gibt, ähm, ich bin ja... Was ist das? Ich kriegst du ein bisschen keinem, da? Nochmal was von Kopf und Abschied, ne? Ja. Okay. Vergehst du dir das Shirt mit nem Kreis drauf? Ja, ja. Ich zähle auch Cowboys-Mitglied, ja, ja. Ich weiß es! Lezina übrigens auch ein bisschen susst, dass er hier noch nicht... Ich versuche gerade an der Spreze kommen von Maser. Maser hat eben schon geschrieben, der schreibt ihn jetzt die ganze Zeit. Ich glaube, Lezina weiß gar nicht, worauf er sich hier eingelassen hat. Nee. Ich glaube, er ist ein bisschen überführend. Der rimmst sich die Runden mit den Newstime-Dalu-Card zurück. Ich will ja nichts sagen, ob ich halt nicht mal zurückkriege. Ich trinke noch einen Schluck. Stößchen! Stößchen! Chat, geht es euch noch gut? Okay, also der liegt unten im... ...schields, liegt da. der report hat euch gerade das spiegel kostet ihr müsst einfach nur so ein bisschen das licht ausmachen und dann sind alle überfordert kann man mal kannst du bitte keine tipps wer war es ja ich bin ja im posten da ist es ist es nicht ja ich weiß es ist ja ich guck noch bei die sie gerade sie können schwierig werden glaube ich ja es gibt einfach mal rein ab 6 roten man einfach mal skippen ja das ist wichtig leute ich habe doch gesagt er was seid ihr dumm es ist einfach es ist einfach großartig leute also ich weiß das ist wahrscheinlich nicht jedermanns humor aber meiner ist es meiner ist es 100 prozent habe ich hatte gestern geburtstag alles gute zum geburtstag nachträglich hartfisch wie ein bisschen geworden 18 endlich hast du offiziell jetzt hier darfst du offiziell teilnehmen ja ich habe eine leichte gefunden die leckte die leckte die leckte für elektricke ist die leichte ich habe übrigens für bläuser gestimmt bläuser also ich fühle ich fühle es einfach ich habe gerade so eine alte ende weißt du ich habe mich ausargumentiert ich habe keine ahnung wenn du es nicht bist was denkst du denn wer es war damit wir denn in der nächsten wundervoll ja ich habe keine ahnung alter also ich sag mal so vor elektricke ihr habt mich ausargumentiert du und du hast recht das stimmt scheiße kann jemand kurz in den stream von dem nonpartner reinschauen und gucken ob der es war vielleicht einfach in den chat schreiben warte kurz warte ah 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 ja ok soll jetzt was heißen ja achso was machen wir ich habe jetzt bläuser gewählt wer ist ich habe auch bläuser gewählt ich fehle noch ok dann nehme ich auch bläuser ist ok ok mazer wirst du für mich mazer ich habe keine ahnung ich habe aber klar war oh der sucht aber nach dem emergency meeting und mazer jura ei ei ja wenn wir jetzt gewonnen haben ist hier fuck karl hier spricht dein unterbewusstsein du möchtest ein emergency meeting machen und mazer rausschmeißen ich habe einen geist gehört mazer war es ich habe einen geist gehört mazer war es ich habe einen geist gehört mazer war es ich schwöre auf alles auf mein alkoholpeter auf mein weidenbrand auf meine cola ich war es nicht wenn du jetzt lügst musst du den alkohol wegstellen fängt mit dem jetzt raus wo die stammel war es besser ha ne keine ahnung ihr heutigen hunde also jetzt durch die beleidigung habe ich dich erst recht gewotet ja ich auch beleidigungen haben in dieser runde keine Daseinsberechtigung gemacht hallo scheiß brixe scheiße wir sind immer noch nicht durch klingst hallo 1957 nochmal zum reaktor jetzt aber sei ja eigentlich bescheuert oder was gibt ja nicht nur einer sein kann ohne scheiß wert gerade die aufgabe gemacht direkt vor vor kamera dann muss es karsten sein bin gerade hochgelaufen einer stand dran und der und die leichte aber die komische kassen zu offensichtlich dass ich glaubt da kann auch ja okay dann merkt man das weil er so ruhig ist in der stimme locker runter gespürt also was ich bin nur ein gewinn solches ist na gut ja 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 ja